Musik Führen Sie das Gespräch mit uns? Nein, wir sind auch Bewerber. Sie beide. Wir auch. Ob Sie das Gespräch mit uns vier in Gemeinsam führen? Also mir hat man das so gesagt. Gemeinsames Vorstellungsgespräch mit allen Bewerbern. Da ist was aufgegangen. Musik Wir haben Ihnen gesagt, dass Sie die letzten Bewerber sind. Aber nicht alle von Ihnen sind Bewerber. Nur drei der vier Bewerber sind recht. Einer von Ihnen ist Mitglied unserer Personalabteilung. Neben dem Umschlag haben Sie einen Stopp erhalten. Sie haben zehn Minuten Zeit, um herauszufinden, wer von Ihnen kein echter Kandidat ist. Sie haben die Töne Kandidat, um die Kandidat ist eine Kandidat ist. Doppelung- Halt, die Kandidat ist an, dass Sie verabschieden sind. Vielen Dank.